Und damit ein herzliches Willkommen liebe YouTuber, hier ist wieder euer Ankel K. Winsen mit einem neuen Ankündigungsvideo. Ja, wie ihr bereits wisst sind ja meine jetzigen Projekte schon ziemlich weit, beziehungsweise auch zu Ende oder werden demnächst zu Ende sein. Und aus diesem Grund werden natürlich neue Projekte jetzt ins Leben gerufen. Ich habe dazu drei neue Projekte mir sozusagen eingeplant, die die jetzigen beziehungsweise die später zu Ende sein werden, ersetzen werden. Die neuen Projekte sind diesmal, was das Genre angeht, ziemlich anders. Wir hatten ja bis jetzt so ziemlich Richtung Plattformer, beziehungsweise FPS, das soll jetzt anders sein. Die nächsten drei werden in komplett andere Richtung gehen. Das erste Spiel wird GRID 2 sein, das wird sozusagen den Platz von Far Cry 3 Blood Dragon einnehmen. Das heißt, das erste wird jetzt ein Racing Game sein, es wird auf jeden Fall sehr interessant, ob ich das hinkriege, währenddessen zu fahren und zu reden. Das zweite ist ein neues Indie-Spiel, das heißt Spirits, das wird den Platz von Fess einnehmen. Das ist so, wie ich die Videos mal gesehen habe, so in der Richtung von Lemmings ablaufen, wo man kleine Geister von A nach B bringt, also so Lemming-typisch. Und das dritte ist etwas Geheimnis. Dazu sei gesagt, das ist auf jeden Fall ein neues My Old Favorites. Das wird sozusagen Neuf 2 ersetzen. Und ich habe mir gedacht, ich will nicht einfach verraten, welches Spiel das ist, sondern dazu mache ich einfach mal ein Rätsel. Das Rätsel ist eigentlich ganz einfach aufgebaut. Ihr bekommt drei Hinweise und zwei Wochen Zeit, um das Rätsel zu lösen, denn am 8.7. wird das erste Video davon veröffentlicht. Kommen wir zu den drei Hinweisen, die ich euch geben werde. Zuerst einmal das Genre, das Spiel ist ein RTS, das heißt Echtzeitstrategie-Spiel. Zweitens, das Spiel wurde in Europa 1996 veröffentlicht. Und zu allerletzt die Plattform, das Spiel ist nämlich zu dem Jahr auf dem PC bzw. DOS erschienen. Wenn ihr die Lösung wisst oder ihr glaubt es zu wissen, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt zu mir und meinem Channel, dann könnt ihr mich auch einfach mal auf meinen Twitter-Account unter atunclekwinsen besuchen. Und ansonsten freue ich mich, euch dann in den nächsten Projekten wiederzusehen. Ich bin euer Uncle K Winsen, Likes-Kommentare und Feedback werden gerne angenommen. Wir sehen uns, bis dann!